We're scared to love, it's alright. I may not know a lot of things, but I... Überraschungskonzert für die Berufspendler in der britischen Hauptstadt London. Der US-Sänger John Legend gab sich die Ehre und spielte spontan auf einem der Klaviere, die im internationalen Bahnhof St. Pancras herumstehen. Legend habe sofort losgelegt und sei extrem cool gewesen, berichten Augenzeugen. Und du gibst mir all of you, oh... Und du gibst mir all of you, oh... Und du gibst mir all of you, oh... Und du gibst mir, oh...